Eine diffuse axionale Hirnverletzung ist leider eine schlechte Prognose. In diesem Stadium ist eine genaue Voraussage allerdings noch schwer zu bestimmen. Bianchi erhält fraglos die beste medizinische Versorgung. Die Prognose wird hoffentlich besser ausfallen als bei dem Großteil der Menschen, die eine Gehirnverletzung erlitten haben. Bei jeder Verletzung, auch bei einer Hirnverletzung, ist es hilfreich, jung zu sein. Denn der Körper regeneriert schneller. Da er als Sportler extrem fit ist, wird er an der Spitze seiner physischen Kondition sein. Und das wird sich sehr positiv auf seine Regeneration auswirken. Es ist zu früh, um sagen zu können, ob er wieder zum Sport zurückkehren kann. Es ist eine sehr schwerwiegende Kopfverletzung. Und ich vermute, dass er für eine beträchtliche Zeit nicht zurückkehrt. Ich glaube, die Formel 1 ist sehr sicher. Dieser Unfall war einer der ungewöhnlichsten Unfälle seit Jahrzehnten. Die Formel 1 ist extrem sicher geworden. Abgesehen davon bleibt es aber ein gefährlicher Sport. Es ist überraschend, dass es nicht mehr Unfälle gibt. Und dieser Fakt beweist, dass die medizinische und Sicherheitsabteilung ihren Job extrem gut ausüben. Und der Fakt beweist, dass die medizinische und Sicherheitsabteilung ihren Job extrem gut ausüben wird.